Vollkommen übertriebene Kamerafahrt zu Beginn des Videos? Oh hi! Ihr habt es natürlich mitbekommen, dass mein Kanal vor kurzem die 10.000 Abos geknackt hat und dafür möchte ich nochmal vielen, vielen, vielen Dank sagen. Das ist wirklich ziemlich cool, es freut mich sehr, dass ihr dabei seid und ich hatte ja angekündigt, dass es eine kleine Überraschung geben wird. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das am besten ankündigen soll, deshalb guckt einfach selber. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, auf dem Discord haben es manche schon vorher entdeckt und sicher ist dem einen oder anderen oder der einen oder anderen schon der kleine neue Reiter auf dem Kanal aufgefallen, der Shop heißt. Aber das ist der Merch, jetzt ist er da und jetzt ist es auch offiziell angekündigt. Ich freue mich, ich freue mich so sehr, dass ich... Wie ein 14-Jähriger klinge. Es gibt die Shirts in vielen, vielen verschiedenen Farben. Diese beiden habe ich jetzt einfach mal da und außerdem für alle Team-Totale-Zerredung-Fans habe ich auch noch ein Team-Totale-Zerredungs-Shirt machen lassen im Day-of-the-Tentacle-Style. Ich finde es sehr, sehr geil. Gibt es auch im Shop. Shop.andreherrmann.de Ja, weil ich möchte, dass ihr auch was davon habt, verlose ich einfach diese drei Shirts in der Größe M an euch und wir machen das ganz einfach. Ihr kommentiert unter diesem Video mit einem großen M und einer Nachricht eurer Wahl. Dann weiß ich, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und am Montagabend lose ich dann nach einem völlig willkürlichen System aus, wer gewonnen hat und dann kommen die Shirts zu euch nach Hause. Ich hoffe, euch gefallen die Shirts, mir gefallen sie sehr und falls ihr euch ein Shirt besorgt, 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 dann macht doch gerne ein Foto von euch, stellt es auf Instagram und verlinkt mich da drauf, at andreherrmann und ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Shirts haltet und wenn ihr Bock habt, großes M, Kommentar eurer Wahl und dann viel Glück bei der Verlosung. Bis zum nächsten Mal.